Bitteschön, ihr bestellt das Teil. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Hallo, mein Name ist Alisa, ich bin 22 Jahre alt und habe meine Ausbildung als Fachkraft für Lagerlogistik erfolgreich bei Dresen abgeschlossen. Ich würde euch heute gerne mitnehmen und euch zeigen, was euch in der Ausbildung erwartet. Während der Ausbildung durchläufst du verschiedene Stationen und erlernst Aufgaben, die du auch berufsübergreifend einsetzt. Im Moment arbeite ich für den Dresen-Online-Shop. Ich verarbeite eingehende Bestellungen, erstelle Labels und bereite den Versand vor. Ebenso kümmere ich mich um Kundenanfragen. Während der Ausbildung kümmerst du dich um die Einlagerung und führst Bestandskontrollen durch. Du erstellst Ladelisten und Beladepläne und achtest dabei auch auf die Ladevorschriften. Bei der jährlichen Inventur fährst du an verschiedene Standorte, um dort die Bestände zu erfassen. So hast du die Möglichkeit, verschiedene Bereiche im Autohaus Dresen kennenzulernen. Du solltest ein allgemeines Interesse an Planung, Organisation und handwerklichen Tätigkeiten mitbringen. Ebenso ist die Kommunikationsfähigkeit wichtig und der sichere Umgang mit Online-Medien. Ich mag meine Arbeit am Computer und bin froh, für den Onlineshop eingesetzt zu sein. Ich mag die Leute aus meinem Team und arbeite gerne mit ihnen zusammen. Mit Weiterbildungen hast du die Möglichkeit, den Abschluss als staatlich geprüfter Betriebswirt für Logistik zu erwerben. Bewirb dich jetzt bei Dresen! 2 1 2 1 1 2 3 2 4